Stell dir vor, du wärst ein junger Spartaner, der in den Schatten der mächtigen Mauern Spartas aufwächst. Du siehst Leonidas, den König, oft auf dem Marktplatz. Seine Präsenz eine Mischung aus Stärke und Weisheit. Eines Tages, als du mit deinen Freunden trainierst, hörst du das Gerücht, die Perser kommen. Leonidas, der König, der immer so ruhig und entschlossen wirkt, versammelt seine 300 Krieger. Du siehst ihn, wie er sich von seiner Familie verabschiedet, seine Augen fest auf das bevorstehende Schicksal gerichtet. Er spricht zu den Kriegern, seine Stimme stark und klar, und du spürst den Stolz und die Entschlossenheit in der Luft. Die Tage vergehen und die Nachrichten von der Schlacht bei den Thermopylen erreichen Sparta. Du erfährst, wie Leonidas und seine 300 tapferen Männer sich gegen die überwältigende persische Armee stellten, wie sie kämpften bis zum letzten Atemzug. Leonidas fällt, aber sein Opfer wird zur Legende. Du stehst auf dem Marktplatz, wo einst Leonidas wandelte, und du weißt, dass sein Geist und seine Tapferkeit für immer in den Herzen der Spartaner weiterleben werden. Sein Mut inspiriert dich, und du schwörst, in seinen Fußstapel zu treten, bereit, dein Leben für Sparta zu geben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.